Was hat das mit meinem Vortrag zu tun? Wir kommen gleich drauf. Diese Grafschaft Mömbelgart, die gehörte über fast 400 Jahre zu Württemberg. Jetzt gehört Ravensburg ja nicht zu Württemberg, deswegen ist es nicht ihre Geschichte, aber ich finde es trotzdem interessant. Also das war 400 Jahre lang Württemberg. Aber was uns interessiert, ist dieses Schloss hier. In Montbellier gibt es das Chateau de Duc de Württemberg und dieses Schloss ist einem der berühmtesten Wissenschaftler gewidmet des 19. Jahrhunderts, dem Georges Cuvier. Den kennen die Wissenschaftler, die Biologen hier im Raum. Er war neben Charles Darwin, den kennt man eher. Der ist nämlich prominent geworden. Aber er, wenn er sich besser vermarktet hätte, vielleicht, er verdient den gleichen Stellenwert. Und warum? Auf ihn, auf den Georges Cuvier. Und dem ist das Museum gewidmet, was da in Montbellier existiert, im Chateau de Württemberg. Er hat in Stuttgart studiert, dann war er in Paris, da ist er auch berühmt geworden. Und auf ihn gehen zwei wichtige Wissenschaftsdisziplinen zurück, die Paläontologie und die Stratigraphie. Die Paläontologie, ich sage es mal etwas flapsig, da beschäftigt man sich mit den alten Knochen, mit den Fossilien. Und in seiner Zeit war das ein komplett neues Wissen, was er aufgedeckt hat. Das war durchaus die Zeit, als man noch dachte, die Erde ist rund. Und wir alle sind in sieben Tagen aus der Bibel entsprungen. Also in diese Zeit tun wir mal den Georges Cuvier. Und er war überall unterwegs in Europa und hat die Geologie analysiert. Und was hat er festgestellt? Er hat festgestellt, dass es dort unterschiedliche Organismen gibt, die irgendwann ganz plötzlich verschwunden sind. Und das hat ihn zu einer Theorie geführt, die Kataklysmentheorie, die Katastrophentheorie, die lange angezweifelt wurde und die in jüngerer Zeit Evidenz gefunden hat und heute eigentlich Bestandteil ist dessen, was wir als Evolution bezeichnen, als Entwicklungsgeschichte. Und das hat Eingang gefunden in eine Kurve, die man als die Sapkowski-Kurve bezeichnet. Der Jack Sapkowski war auch ein ganz berühmter Wissenschaftler. Und er hat Befunde, die die Paläontologen weltweit basierend beginnend mit dem Georges Cuvier zusammengetragen haben. Und bekannt geworden ist diese Kurve durch ihre fünf Wendepunkte, die Massensterben in der Erdgeschichte. Sie sehen das hier abgebildet. Was uns interessiert zum Beispiel, was wir eher in der Erinnerung haben, das Massensterben 5, das sind die Saurier verschwunden. Und es gab auch mal ein Massensterben 3, da wäre im Grunde fast das komplette biologische Leben verschwunden. Das waren alles Ereignisse, die hatten natürliche Ursachen. Das waren kosmische Einschläge von Meteoriten, das waren Verdunklungen, das waren massive Änderungen der Erdumlaufbahnen. So, und dann sehen Sie jetzt aber auch eine 6 auftauchen. Das ist das Massensterben, was seit wenigen Jahren thematisiert wird und für das gibt es nur anthropogene Ursachen. Und das ist der Einstieg auch in meinen Vortrag, in die Betrachtung dessen, was sich da abspielt, global, aber auch vor unserer Haustür. Da will ich Sie mitnehmen in diese Geschichte rein. In der Ankündigung hatten Sie gelesen, da geht es um Planetary Boundaries. Das ist so das, was ich etwas als die Wissenschaftsfraktion des heutigen Abends bezeichne, meines Vortrags. Das ist ein Konzept, was von einer Gruppe von Wissenschaftlern am Stockholmer Institut für Resilience vor etwa 10 Jahren aufgelegt wurde. Die haben sich die Erde angeguckt und haben geguckt, was gibt es für Stellgrößen, das System Erde, was unser Leben, was für unser Überleben notwendig ist. Und haben versucht, diese Systemgrößen zu definieren und auch Grenzwerte zu definieren, die wir nicht überschreiben dürfen. Damit zumindest unsere Nachkommen, die Generation ihrer Enkel oder die jungen Studenten, die teilweise auch im Raum sind, die werden das noch erleben, für die ist das schon wichtig. Und sie sagen auch, wenn diese Grenzwerte überschritten werden, diese Planetary Boundaries, dann wird es ganz schön kipplich hier auf unserem Planeten. Und weil dann irreversible und auch sehr plötzlich eintretende Umweltveränderungen auftauchen können. Diese neun definierten Boundaries, ich stelle sie mal kurz vor, das ist die Klimakrise, die kennen wir alle, die Versauerung der Ozeane, das Ozonloch gehört dazu, der Stickstoff, der Phosphorkreislauf, der Süßwasserverbrauch, die Abholzungen und die sogenannten I-Look-Effekte. I-Look, das ist ein Begriff, der vielleicht nicht in allen bekannt ist, das steht für Indirect Land Use Changes. Ich will das im Beispiel aufzeigen. Sie hatten vorher gehört, ich beschäftige mich auch mit der Technikbegleitforschung zur Energiewende. Und unsere Energiewende basiert zu 70 Prozent auf der Nutzung von Biomasse. Und nicht wenig dieser Biomasse, die wird importiert. Denken Sie an Palmöl, was wir importieren, was in jeder Tankfüllung drin ist, den Sie an der Tankstelle zu sich nehmen. Und wenn wir uns eine Biogasanlage anschauen, dann wird die zu 80 Prozent, was das Substrat anbetrifft, von Mais betrieben. Jetzt haben wir aber in Europa keine überflüssigen Flächen, um diese Energie zu produzieren für unsere Energiewende. Denn unsere Flächen waren auch schon vor der Energiewende zu fast 100 Prozent genutzt. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich äquivalente Flächen jetzt in Südamerika nutzen oder in Südostasien oder Afrika. Und dort sind diese Flächen aktiviert worden, indem man dort Savannen umbricht, indem man dort Regenwälder abholzt, um dort die Biomasse anzubauen, die wir in Europa, in Deutschland für die Energiewende brauchen. Und das nennt man I-Look-Effekte. Und die gibt es in vielen Bereichen. Wir kommen noch hier und da drauf zurück. Dann die Partikelverschmutzung der Atmosphäre, Verschmutzung durch Chemikalien und der Verlust an Biodiversität. Und die Stockholmer Wissenschaftler, die haben das aufgespannt, was sind die wichtigsten Stellgrößen, die schon dramatische Veränderungen hinter sich haben. Und die haben festgestellt, da gibt es die Klimakrise und den Stickstoffkreislauf. Aber das mit Abstand schlimmste Problem, was wir haben, das ist das Atemsterben. Und ich nehme Sie mal kurz mit in diese Abbildung. Sie sehen ein Spinnennetz, so spannt man das als Wissenschaftler oft auf. Problemkreise und ihre Dimensionierung, ihre Quantifizierung. Und das ist so zu lesen, dass wenn die Bereiche noch in diesem blauen Bereich sind, dann beherrschen wir die noch. Dann meinen wir, dass wir noch Mechanismen entwickeln können, Reparaturmechanismen, dass das noch funktioniert. Und Sie sehen jetzt für drei Bereiche, dass sie schon weit über diesen kritischen Bereichen hinaus sind. Der Stickstoffkreislauf, der Klimabereich und das Atemsterben. Das ist das Dramatischste, was festgestellt wird. Also schon weit über das 500-fache dessen hinaus. Nein, die Zahl ist noch größer, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Und das ist das, was wir uns eigentlich erlauben dürften, was unsere Überlebensfragen anbetrifft. Ja, wir bilanzieren gerade, dass wir das 10.000-fache Erleben an Artenverlust, an Biodiversitätsverlust, als eigentlich das ökologische, das evolutionäre Hintergrundrauschen wäre. Das war immer schon so, nicht? Sie haben das vorhin auf den Kurven gesehen, da sind Arten verschwunden und gekommen. Es gab dramatische Einbrüche, aber es gab noch nie in der Erdgeschichte eine Periode mit solch einer rapiden Geschwindigkeit, wo sich das abgespielt hat. Wo spielt sich das ab? Das spielt sich ungleichmäßig ab. Es spielt sich vor allem in Regionen ab, die wir als die Biodiversitäts-Hotspots bezeichnen. Das sind alle Flächen, die hier mit Grün und Blau unterlegt sind. Unterschiedliche Farben nur deswegen. Die Blauen, die kamen etwas später dazu. Ein Konzept, was auf einem berühmten Wissenschaftler basiert, den Myers. Und das wurde vor kurzem von Steffen, einem seiner Jünger, verifiziert. Und der hat noch diese blauen Flächen mit dazu genommen. Und Sie können sich unschwer vorstellen, das sind auch die Gebiete, aus denen wir die Nachrichten bekommen, wie eben schon im Grunde angedeutet, wo sich Einlukeffekte abspielen, wenn ich dann Südamerika denke. Oder an Mittelamerika, an Südostasien. Das sind die Gebiete, wo unsere Biodiversität in einem Ausmaß vorhanden ist. Das sind wir vergleichsweise arme Regionen. Ich bin kein Forstwissenschaftler, aber ich interessiere mich auch sehr stark für Wald. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel mit. Wie viele Bäume haben wir bei uns in unseren Wäldern? Bestimmen unsere Wälder, zu 70, 80 Prozent, das sind kaum zehn Baumarten, die bei uns mengenmäßig bedeutsam sind. Und das in ganz Mitteleuropa, auf mehreren Millionen Quadratkilometer. Gehen Sie nach Costa Rica, da finden Sie auf einem Quadratkilometer, einem Quadratkilometer, 10.000 Baumarten. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn dort das sich abspielt, was ich vorhin als Einlukeffekte bezeichnet habe, dann verschwindet natürlich mit Eingriffen auf vergleichsweise kleinen Flächen ein unglaublich höheres Maß an Vielfalt, als wenn eine Veränderung sich bei uns abspielen würde. Also, wir haben vor allem durch anthropogene Prozesse überall auf der Welt, in den Hotspotregionen, haben wir ein Massenaussterben. Das ist bekannt, auch das ist ja dokumentiert. Es gibt ein Projekt, das schützt schon seit mehreren Jahrzehnten, koordiniert vom WWF. Und die haben vor kurzem einen Report vorgelegt, den Living Planet Report 2016. Und da werden für 14.000 Populationen nur von Wirbeltierarten, das sind Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien, werden die Populationsgrößen erfasst. Und was stellt man fest? Dieser LPI, der hat sich dramatisch verändert in den letzten Jahren. Sie sehen oben auf der Karte, wo überall gemessen wird, untersucht wird. Der ist für die an Land lebenden Arten seit 1970, sind 38% der Arten verschwunden. Die sind tatsächlich an diesen Punkten ausgestorben. Ob sie insgesamt ausgestorben sind, das zeigt ja dieser Index nicht, aber sie sind an diesen Messpunkten verschwunden. Im Süßwasser sind 81% der Arten verschwunden und die in den Meeren lebenden Arten, die haben um 36% abgenommen. Das Problem ist, wir wissen eigentlich insgesamt nur, dass etwa 10%, das ist die Annahme, 10% unserer Biodiversität beschrieben ist. Ich habe Ihnen vorher das Beispiel Regenwald vorgestellt. Wir wissen nicht, was sich da im Grunddach zum Beispiel der Urwaldbäume abspielt. Oder wir wissen auch nicht, was sich in der Tiefsee abspielt oder in manchen Meeresregionen. Das sind für uns Blackboxes und jedes Mal, wenn Expeditionen unterwegs sind, dann sind die Jahre beschäftigt, die Systematiker, um diese Arten neu zu beschreiben. Also bei etwa 10% liegt unser beschriebenes Wissen und das beschränkt sich auf das, was Sie hier sehen auf dieser Karte, auf diese Gruppen. Und was hier so als Größenordnung auch auftauchte, das ist der Anteil, der angenommener Anteil an Biodiversität. Und Sie sehen das schon mit zwei Gruppen, das sind die Insekten und das sind die Spinnentiere. Die haben mit Abstand wesentlich mehr Anteil an Arten als zum Beispiel dieser kleine Elefant oder die wenigen Vogelarten. Das sind die Arten, das ist die Auswahl an Biodiversität, die wir wahrnehmen, die wir kennen, mit der wir uns normalerweise beschäftigen, die auch unsere Faszination oft entwickeln. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung von der wahren Biodiversität und die verschwindet. Ja, die verschwindet vor allem. So, und diese extremen Veränderungen, wie schon angeführt, die spielen sich vor allem in den Hotspot-Regionen ab. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht und Geschichten von Arten, die ausgestorben sind, die etwas prominenter sind, weil sie etwas größer sind und weil sie erst in jüngster Zeit sich abgespielt haben. Und unter anderem die amerikanische Wandertaube, die ist 1914 ausgestorben. Das war eine Vogelart, die hat um die Jahrhundertwende noch, gab es Milliarden. Man schätzt, dass um 1870 die Vogelschwärme, die Art kam vor allem im Nordosten der USA vor, dass da drei Milliarden Vögel unterwegs waren. Es sind Berichte, dass tagelang ein Schwarm durch die Landschaft gezogen ist von dieser Vogelart. Die wurde, man geht davon aus, dass 100 bis 200 Millionen dieser Vögel pro Jahr geschossen wurden. Es gab in manchen Landstrichen über Monate nichts anderes zu essen, als Pasteten und Ragout von Wandertaube. Man dachte einfach, das hört nicht auf. Die Art hat in Kolonien gebrütet, war aber extrem leicht zu ernten und plötzlich war die weg. Innerhalb, kürzester Zeit, innerhalb von 30 Jahren ist diese Art ausgestorben. Es gibt heute nur noch ausgestopfte Bälge in den Museen von einer, in 40 Jahren ist das passiert, von einer Ressource, wo man dachte, die wird nie verschwinden. Oder, gar nicht so weit weg von uns, vor kurzem, 2000, ist der Pyrenäensteinbock ausgestorben. Die Population war so klein geworden, die hat sich nicht mehr vermehrt. Und dann reichen eben kleine Unfälle, kleine Krankheiten, dass durch eine Population verschwindet. Oder der Yangtze-Fluss-Delfin ist ausgestorben. Sie kennen den Hintergrund, das war dieses Schluchtendammprojekt, das war der Lebensraum gewesen. Der kann nicht mehr wandern. Die Flüsse sind verschlampt unterhalb, ausgestorben durch anthropogene Maße. Diese Landnutzungsveränderungen, klimabedingt, anthropogene Faktoren sind dort maßgeblich, wie sich das verändert und diese Pflanzen verschwinden. Noch mal kurz in die Wissenschaft. Im Klimabereich gibt es eine Organisation, das ist der IPCC. Das sind 10.000 Wissenschaftler, die sich Gedanken machen um unser Weltklima. Und es gibt was Ähnliches auch im Biodiversitätsbereich. Auch da haben sich tausende Wissenschaftler zusammengeschlossen und haben dieses IBs, so spricht man das aus, dieses Intergovernment Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Und die stellen Informationen zusammen, wie ich sie Ihnen gerade hier auch in Kurzform vortrage. Die haben vor kurzem, letztes Jahr, einen Bericht herausgegeben, den Pollination Report, also den Bestäubungsbericht. Und wenn man da reinguckt, stellt man, ich habe Ihnen so ein paar Zahlen mitgebracht, stellt man ganz schön frappierende Aussagen fest, 85% unserer Versorgungsleistung, das heißt Lebensmittel oder auch die Ressourcen, die wir aus den Pflanzen gewinnen für technische Verwendungen, sind von Bestäubungsleistungen abhängig. 85% oder umgekehrt gesagt, wenn die Pflanzen nicht bestäubt werden, gibt es nichts zu essen. Oder wir haben die Produkte nicht, die wir technisch verwenden. Man geht davon aus, dass 12% dieser Kulturpflanzen, von denen wir abhängig sind, wenn da keine Bestäubung mehr da ist, dann geht 90% der Ernte zurück. 90%, das heißt, da gibt es tatsächlich nichts mehr. Und einige wichtige Ernährungspflanzen, die sind auch in diesem Bereich. Bei 28% sagt man 40-90% der Ernte würde abbrechen. Und immerhin die Hälfte, da ist es nicht ganz so schlimm, da ist die Einschätzung, dass bis 40% der Ernte reduziert wird. Und ganz wichtig bei diesen Bestäubungsleistungen sind Insekten. 80% der Bestäubungen werden durch Insekten vorgenommen oder kleine Wirbeltiere. Wir haben sich auch die Mühe gemacht, fragen Sie mich nicht, wie man sowas berechnet. Vermutlich hat man es so berechnet, der eine oder andere von Ihnen mag schon mal diesen Film gesehen haben mit den Bienen. Wie heißt er nochmal? Morphin Honey. Da gibt es eine Szene, weil in China es schon keine Insekten mehr gibt, durch den extremen Einsatz von Pestiziden und dem Landnutzungswandel. Und ich muss eine Information vorweg gehen, es gibt keine Kirsche zu essen, wenn die nicht vorher von Insekten bestäubt wäre. So, jetzt gibt es aber in China keine Insekten mehr. China ist aber einer der größten Kirschenproduzenten. Wie passt das dann zusammen? Die Kirschbäume werden von Hand bestäubt. Und zwar sitzen da Hunderttausende von Kindern, jungen Frauen in der Blütezeit der Kirschen, sitzen in den Bäumen und pinseln. Tatsächlich mit Pinseln wird dann der Pollen auf die weiblichen Blüten gebracht, damit es Kirschen gibt. So, jetzt hat man hochgerechnet, was das an Arbeitszeitwert ist. Und man ist übrigens in Südengland auch schon fast so weit. In den dortigen Kirschenplantagen stellt man fest, dass die Produktion an Kirschen drastisch zurückgeht, weil es keine Bestäuber mehr gibt. Oder sie essen alle Mandeln oder haben Mandeln gegessen im Gebäck zu Weihnachten. Die Mandeln kommen zu 90 Prozent aus Kalifornien, wo es keine Bestäuber gibt für diese Mandeln, denn die Mandel kommt nicht aus diesem Kulturraum. Und dort gibt es auch keine Insekten, weil das eigentlich eine Wüstenregion ist, die künstlich bewässert wird. Und dort fährt man jedes Jahr in Drugs die Bienenvölker hin zur Bestäubungsleistung. Und diesen Aufwand hat man berechnet, ich nehme an, das steckt dahinter, und die kommen darauf, wenn wir das von Hand bestäuben müssten, wenn es überhaupt nur gehen würde, dann hätte das einen Wert von 600 Milliarden Dollar, die Bestäubungsleistung, wenn wir Kirschen ernten, essen wollen und Mandeln. 20.000 Wildbienenarten sind weltweit bislang beschrieben, aber vermutlich sind das, wie gesagt, nur 10 Prozent der Wildbienen, die es überhaupt gibt. Und viele von denen sind eben hochspezialisiert auf bestimmte Pflanzenarten. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, solch einer Wildbiene, die es auch bei uns gibt oder gab, die Auenblutbiene. Kennt ihr einer von meinen Freunden hier? Die Auenblutbiene, das ist die hochinteressante Art. Von der Gattung gibt es weltweit etwa 400. Die gab es auch bei uns hier. Das ist eine merkwürdige Biene, die ist nämlich darauf angewiesen, dass es andere Wildbienen gibt, denn sie selbst ist nicht in der Lage, Höhlen zu bauen, sondern die parasitiert. Das ist eine Kuckucksbiene. Das heißt, die ist doppelt problematisch. Die ist sowieso schon selten und dann kommt sie nur vor, wenn es auch einen ganz spezifischen Wirb gibt, der ihr die Höhle vorbaut. Also solch hochkomplexe Organismen sind natürlich extrem gefährdet und sterben deswegen auch aus. Das ist ein ganz wichtiger Bestäuber, durchaus auch für unsere Kulturpflanzen, denn unsere Bienen, unsere Honigbienen, die stehen vermutlich nur für 30 Prozent bei uns der Bestäubungsleistung. Ich bin dafür verantwortlich. 70, 80 Prozent geht auch bei uns noch auf Wildbienen, auf Schwebfliegen und auf andere Organismen zurück, auf Hummeln. So, 40, 70 Prozent unserer Bestäuber, vor allem Insekten, sind hoch bedroht, regional auch ausgestorben. Und die Ursachen, jetzt kommen wir schon näher rein so ins Thema, warum wir so etwas wie ein Massensterben erleben, Strukturwandel der Landwirtschaft bei uns, Klimaveränderungen und vor allem bei uns eine Vielzahl von Pestiziden. Noch ein anderes Beispiel möchte ich mit Ihnen kurz durchdiskutieren, um Ihnen das Thema etwas näher zu bringen, warum unsere Existenz, unser Überleben so abhängig ist von diesem Wissen, von dieser Universität. Nikolai Wawilow war einer der berühmtesten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts, ein russischer Botaniker. Und auf ihn geht ein Konzept zurück, das weltweit gereist, große Exkursionen durchgeführt. Der hat in den 20er, 30er Jahren diese Exkursionen gemacht. Und ihn hat interessiert, wo kommen unsere Kulturpflanzen her, wo haben die ihre Herkunft? Und er hat festgestellt, all unsere Kulturpflanzen, die haben sehr enge Herkunftsräume. Die nennt man bis heute die Wabilowschen Zentren. Er hat zum Beispiel, wir gucken uns mal diesen Kreis hier an, was kommt von dort? Da kommen unsere ganzen Getreide her, unsere europäischen Getreide. Also Weizen und die Vorläufer, Roggen, Gerstehafer, kommt alles aus diesem engen Kulturraum. Ich nehme Sie mich etwas näher mit rein. Wir kennen diese Region auch so aus dem Geschichtsunterricht her, aus dem goldenen Halbmond, aus dem fruchtbaren Halbmond. Mesopotamien ist ein anderer Begriff. Dort wurden aus Wildgräsern die ersten Getreide kultiviert. Von dort kamen die nach Europa. Hier wurden sie von unseren Neolithikern weiter differenziert. Und egal wo auf der Welt heute Weizen angebaut wird, einer von diesen vier Weizenarten, Reis ist zwar auch in Weizen und Mais, aber die lassen wir mal bei dieser Betrachtung außen vor, hat im Grunde die Herkunft, die genetische, die evolutionäre Herkunft in einem relativ kleinen Gebiet hier im vorderen Orient. Und Sie wissen, was sich da abgespielt hat in den letzten Jahren. Dort sind Zivilisationen zerstört worden und mit ihnen auch die Biodiversität. Das wurde nie kommuniziert in den Nachrichten, dass mit dem Auswandern der Völker, dem Zusammenbrechen der lokalen Subsistenzlandwirtschaft auch die ganzen lokalen Landsorten dieser Getreidearten verschwunden sind, weil die nicht mehr kultiviert wurden, nicht mehr angebaut werden. Wenn Sie heute unterwegs sind in Syrien, im Irak, riesige Landschaften, wo keinerlei Landwirtschaft mehr stattfindet. Und diese Art von Biodiversität, Agro-Biodiversität, von der ich spreche, die gibt es nur, wenn jedes Jahr eine Kulturpflanze neu ausgesät wird. So, und warum ist das wichtig? Ach ja, das ist übrigens unser Beitrag zur Welternährung. Ja, also wenn wir uns ernähren müssten, wenn es nicht diesen Import gegeben hätte von Getreiden aus Mesopotamien. Die einzige Kulturpflanze, die in Europa entstanden ist, das sind Verwandte von der Rübe, also Zuckerrübe, Futterrübe oder Mangold. Die Herkunft ist eine ganz kleine Pflanze, die in den Spülsäumen unserer Küsten vorkommt. Auch dazu eine kleine Geschichte. Jack Harlan war ein Pflanzengenetiker, ein Botaniker. Der hat Weizen gezüchtet in den USA. Und er war wie dieser Nikolai Wavilov, hat er viele Exkursionen gemacht in die Vielfaltsgebiete, also wo die Kulturpflanzen herkommen. Und ich erzähle Ihnen mal kurz die Geschichte, die Sie ja auch nachlesen können. Er war unter anderem auch in Nordwesten, er war in Anatolien unterwegs und hatte von dort mal eine Pflanze mitgebracht, die ihn einfach interessierte, vermutlich, weil sie so mickrig war. So eine Verwandte von Weizen, ganz klein, ganz kleine Ähren, aber unverwechselbar eine Verwandtschaft zeigten zu unseren Getreiden. Er hat die mitgenommen in seine Saatbank und hat sie dann vergessen. So, und dann ist 20 Jahre später, ist da in den USA eine Rostkrankheit. Rostenpilze, das ist somit das Gefährlichste, was die Getreide haben, aufgetaucht. Und gegen diese Rostkrankheit hat man nichts gefunden. Man hat das Züchterisch nicht in den Griff gekriegt, keine Resistenzen züchten können. Und hat man festgestellt, mit vielen, vielen Experimenten, weil eine echte Notlage da war, die Ernten sind zusammengebrochen, hat man in dieser kleinen, unscheinbaren, grasähnlichen Verwandten aus Ost-Anatolien, hat man das Gen gefunden, was die Resistenzeigenschaften hatte gegen diesen Rost, gegen diesen Getreiderost. Und heute haben alle unsere Getreidearten weltweit, die haben dieses Gen in sich, was da aus Ost-Anatolien kommt. Also ein Zufall, aber ich will Ihnen auch mit dieser Geschichte erzählen, hätte der nicht durch Zufall dieses Getreide eingesammelt, was es heute nicht mehr gibt, vermutlich. Weil dort sich die Ohrenveränderungen abgespielt haben, hätten wir für heute vielleicht ganz andere Probleme in der Getreidezüchtung und in der Sicherstellung unserer Erde. So, kommen wir zu uns nach Deutschland, Mitteleuropa. Was spielt sich bei uns ab? Wir erleben hier jetzt kein echtes Aussterben, dass die Art nicht mehr da wäre. Wir erleben ein regionales und lokales Aussterben von Arten. Und sehr viel wichtiger ist aber, ist der Verlust an Biomasse. Und wir stellen fest, dass wir 80, 90 Prozent der Insektenbiomasse in diesem Zeitraum seit den 1960er Jahren vermutlich verloren haben. Und es gibt Beispiele dafür, das klingt zwar so plump, aber es ist einfach so. Die Eltern von Ihnen ein Auto fahren, wie das früher war, Scheibenwischen und so weiter, nach jeder Fahrt im Sommer. Das gibt es ja alles nicht mehr. Ich habe auch den Eindruck, man wird nicht mehr so von Schnaken tranzaliert, wie das schon mal war. Und dann natürlich, denn das korreliert dann, wir sehen das als Nahrungspyramiden, warum es auch weniger Vögel gibt und weniger Vogelbiomasse. Vor allem hängt natürlich damit zusammen, weil es keine Insekten gibt und auch keine Körner. Und noch viel schlimmer, im Amphibienbereich, 80, 90, 95 Prozent der Amphibienbiomasse ist verschwunden. Es gibt auch schöne Berichte, die überliefert sind von Landwirten aus den 1930er Jahren, wie die zum ersten Mal damals mit den einfachen Mähgeräten in die Wiesen gegangen sind, was das ein Blutbad war. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt im Grünland heute praktisch keine Amphibien mehr, bedingt durch den intensiven Maschineneinsatz. Erklärungen und Antworten dafür, eigentlich einfach, aber dann doch nicht, denn es sind viele Faktoren, und das wünscht man sich manchmal sehr gerne, wenn man Rezepte ableiten wollte. Ich will ja was machen, oder? Jetzt juckt es uns allen, das sieht alles so furchtbar aus. Also jetzt erzählt er Ihnen auch, was es für Rezepte gibt, um das alles in den Griff zu kriegen. Ja, so einfach ist es nicht, denn es sind viele Faktoren, die jeweils verantwortlich sind und bei jeder Art, bei jedem Problem anders gelagert. Komplexe Interaktionen zwischen den Problemen, komplizierte Summenwirkungen. Für manche wissen wir ganz klare Ursachen, die sind benennbar. Da gibt es Evidenz, für andere gibt es mal Indizienbeweise. Und da nehme ich Sie mal mit, zu einigen solcher Geschichten, Beispiele. Die Voraussetzung für das, was wir als biologische Vielfalt bei uns bezeichnen, die ist ganz simpel. Wir brauchen Blütensamen, Früchte, wir brauchen Strukturen in vielfältiger Art und Weise. Daran denkt man vielleicht weniger, aber das ist ein Beispiel, was ich Ihnen nachher etwas ausführen möchte. Exkremente und Aas ist ganz wichtig. Wanderungen und Transporte. Sie kennen das, die Älteren von Ihnen vielleicht noch in Erinnerung, wie auch früher hier mal Schafherden durchgezogen sind. Das gibt es ja nicht mehr. Und mit denen natürlich auch viele Organismen. Konnektivität, das ist die Vernetzung in der Landschaft, durch Strukturen, durch Flussläufe, durch Hecken, durch Säume. Auch das wäre wichtig. Sie können das alles ins Negative drehen. Dann sehen Sie auch die Erklärungen, warum wir diese negativen Entwicklungen haben. Wir haben nicht mehr diese extensiven Nutzungen, von denen viele unserer Organismen, die mit unserer heimischen Bidiversität korrelieren, abhängig sind. Und es fehlen vor allem auch dynamische Prozesse, beziehungsweise wir verhindern sie. Wir versuchen Hochwässer zu beseitigen in unserer Landschaft. Es darf keine Brände geben. Wenn irgendwo mal ein Borkenkäfer auftaucht, gleich ein furchtbares Problem. Der Baum muss sofort entfernt werden. Das sind dynamische Prozesse, von denen es viele gibt, die wir nicht mehr zulassen, auch nicht in Ansätzen. Also entweder gibt es die nicht mehr, oder sie sind deutlich zurückgegangen, diese Prozesse. Ja, und das waren die Schlagzeilen vom letzten Jahr. Ein Albtraum. 75% weniger Insekten. Das war für wenige Tage sogar in den Hauptnachrichten. Der Tagesschau war das gewesen. Im Fernsehen war das gewesen. Korrelierte dann auch mit dem Vogelsterben. Und ich habe Ihnen die Zusammenhänge kurz schon aufgeführt. Das ist fast automatisch, dass das natürlich der Fall ist. Wenn die Insekten nicht mehr da sind, gibt es auch weniger Vögel. Ja, und eine Woche lang war das Thema. Und jetzt ist es wieder weg. Sie haben im letzten halben Jahr keine Themen mehr gefunden. Und die Politik hat sich damals durchaus dem Thema angenommen. Es war in Talkrunden präsent. Aber wir haben ja seitdem viele neue, andere Themen bekommen, die gerade abgearbeitet werden. Und das ist wieder völlig aus dem Fokus geraten. Panik oder gibt es da tatsächlich Begründungen dafür, sich zu beschäftigen? Und ich will Ihnen ein Beispiel mitnehmen, was im ersten Blick etwas delikat erscheint, aber warum kleine Dinge so wichtig sind. Ich nehme Sie in die Welt mit eines Misthaufens. Und zwar in den Misthaufen von einer Kuh. Das ist da unten. Da liegt ein Kuhfladen. Und den gucken wir uns mal an. Und was Sie hier sehen, ist, was natürlich sich abspielen würde in einem Kuhfladen. Beobachten Sie das mal. Wenn Sie noch die Chance haben, eine Kuh auf der Weide noch zu erleben, vielleicht auf einer Wanderung in den Alpen. Auch das ist hier. Wir sind ja schon fast im Allgäu. Hier gibt es noch hier und da Tiere draußen in der Landschaft. Da könnte man vielleicht so etwas noch beobachten. Also da fällt ein Kuhfladen aus der Kuh raus und es dauert keine zwei Minuten. Im Sommer dauert das Sekunden. Da sind schon die ersten Bewohner da. Das sind die Dungpflegen. Ich zeige es Ihnen nachher im Bild. Die beginnen, ihre Eier reinzulegen. Die beginnen, diesen Misthaufen vorzubereiten für andere Besiedler. Wir gehen es gar nicht durch diese ganzen Organismen durch. Ich will sie nur mitnehmen. Da scheint eine Menge an Organismen vorzukommen in diesem Misthaufen. Und alle hängen irgendwie miteinander zusammen. Manche Pfeile gehen in beide Richtungen. Manche Pfeile gehen nur in eine Richtung. Das heißt, wenn solch ein Pfeil unterbricht, dann geht es nicht weiter. So kann man das lesen, oder? Ganz einfach ist das. Und diese Pfeile, die jetzt weitergehen oder nicht weitergehen, die korrelieren mit dem, was wir vielleicht eher wahrnehmen. Da ist der große Brachvogel, das Braunkehlchen. Da ist eine Fledermaus oder der Grasforscht. Denn die leben von den Insekten, die irgendwie mit diesem Kuhfladen korrelieren. Ja, und das ist ein wichtiger Faktor. Da fängt es an. Warum Vielfalt zurückgeht, warum die Biomassen vor allem zurückgehen. Denn diese, wir kommen gleich zurück, diese Pfeile sind unterbrochen. Aus unterschiedlichsten Gründen. So sieht das aus. Das ist ein Kuhfladen und Ratzfotz ist der Besiedel von den Dumpfliegen. Und dann geht es weiter. Dann kommen normalerweise die Mistkäfer, die Pillendrier. Da gibt es weltweit fast 30.000 Arten. Aber Sie können das immer mal Faktor, das sind 10 Prozent, ja, immer von dem, was man weiß. Das sind nur die beschriebenen in über 1.600 Gattungen. Und man kann im Grunde sagen, jede Tierart weltweit, die so etwas ähnliches wie Mist produziert, die hat auch mindestens einen ganz spezifischen Mistkäfer, ja, der angepasst ist, den Mist zu verarbeiten, wieder in Kreisläufe zu bringen, den da vom Tier produziert wird. Und da gibt es eine ganz berühmte Studie zu diesem Bereich aus 1954 von Lawrence. Der hat sich mal die Mühe gemacht. Der hat ein Jahr lang Kuhfladen beobachtet. So etwas würde man heute gar nicht mehr machen können. Oder ich würde kaum Studenten finden, die ich motivieren könnte, solch eine Studie durchzuführen. Was hat er gemacht? Der hat zwölf Monate lang die Kuhfladen einer Kuh untersucht. Und jetzt in der Summe, ich stelle Ihnen mal kurz ein paar Ergebnisse vor. Das ist das Jahr, was Sie hier sehen, zwölf Monate. Und Sie sehen ja unterschiedliche Kurven. Das heißt, über das Jahr gesehen wird dieser Kuhfladen von unterschiedlichen Insekten besiedelt. Logisch, ja, in Abhängigkeit von Temperatur, Niederschlag und so weiter. Das steht für die Kurven. Und er hat dann mal sich die Mühe gemacht, er hat die alle gezählt und hat sie auch gewogen und hat erfolgende Korrelationen. Und das ist eine Weisheit, die bis heute durchaus existiert in der ökologischen Wissenswelt. Dass eine Kuh, die produziert im Jahr etwa zwei Tonnen Dung. Und aus diesem Dung, da entstehen 100 bis 150 Kilogramm Insekten. Und daraus entstehen 10 Kilo Wirbeltiere. Also 10 Kilo Vogelbiomasse kann da entstehen. So, und wo ist das Problem? Das Problem ist zweierlei, oder mehrfach, einiges habe ich schon angesprochen. Ein Problem ist, es kommen noch Tiere in der Landschaft, die Kot hinterlassen. Und das zweite, vielleicht noch wichtiger Problem, so sieht es in Rumänien aus. Da finden Sie noch Landschaften mit weiten Tieren, großflächig. Da habe ich auch mehrere Forschungsprojekte, die sich unter anderem mit solchen Systemen beschäftigen. Da ist der Hirte unterwegs. So war das auch vor 100 Jahren, vor 150 Jahren noch hier in jedem Dorf in Mitteleuropa. Das können wir natürlich nicht zurückdrehen. Das ist auch nicht vorstellbar. Aber es ist trotzdem wichtig, Erklärungen zu benennen, warum die Arten bei uns verschwinden. Ein Problem ist, das wäre sehr viel wichtiger, wenn Tiere noch draußen sind und dort Mist machen, dann werden die Exkremente nicht mehr mineralisiert. Warum nicht? Ja, weil die Tiere behandelt sind. Die Tiere werden in der Regel, je intensiver die Haltungen sind, bekommen die manchmal präventiv. Man darf es zwar nicht, aber es wird dann trotzdem gemacht. Denn Würmer sind fast immer präsent. Und die Philosophie ist in der Tierhaltung, wenn da Parasiten in der Kuh sind, dann führt das zu Ertragsrückgängen. Es wird nicht so viel Fleisch angesetzt oder da gibt es dann Parasiten im Darm und dann gibt es weniger Milch. Also muss ich dafür sorgen, dass da die Kuh möglichst frei ist von irgendwelchen Nutznießern der Energie, denen ich der Kuh zuführe. Und da war man sehr kreativ, da gibt es sehr viele Mittel. Und diese Wurmbehandlungen, die sind ein echtes Problem, was diese Nahrungsketten anbetrifft von Insekten. Eines einer der wichtigsten Wirkstoffe, Ivermectin, der hat mehrere Wochen Wirksamkeit. Er wird mit der Kuh ausgeschieden. Also er wird mit den Exkrementen ausgeschieden, dieser Wirkstoff. Der ist dann im Mist drin, er ist in der Gülle drin. Der ist noch Wochen später wirksam. Und er wirkt auch nach Wochen 100% letal auf Dipterenlarven, also auf meine dunkfliegen Larven. Also die legen dann zwar noch Eier in den Misthaufen, aber die Eier entwickeln sich nicht mehr. Und dann, Sie haben es auch gesehen, die stehen am Anfang, und dann geht es nicht mehr weiter an diesem Kuhfladen. Und zu 60% auf Käferarten. Und noch schlimmer, dieses Gift hat sogar Attraktionswirkung. Wenn da Insekten sind, die spezialisiert sind auf den Dung, dann werden die sogar noch angezogen, auf diesen mit Medikamenten behandelnden Kuhfladen reinzufallen. So, und dann, die Darmflora habe ich schon angesprochen, auch da war man sehr kreativ. Da gibt es ein Medikament, Sie sehen es am Gebinde. Das ist ein Rieseneimer. Und da steckt der Werkstoff Monenzin drin. Das ist ein Antibiotikum. Das wird in der EU als Bolus, als Kugel verabreicht, was die Kuh schluckt. Und dann hat das mehrere Monate Wirksamkeit. Außerhalb der EU, und das sind ja Phänomene, die ich Ihnen beschreibe, die sind jetzt nicht nur Deutschland-EU-spezifisch, sondern auch weltweit. Und die werden außerhalb der EU sogar einfach mit dem Kraftfutter verabreicht. Also systemisch sind die wirksam jeden Tag. Und die haben massive Auswirkungen, dieses Antibiotikum auf die komplette Bodenfauna. Also auf alles, was sich da an Insekten vermehrt und vorkommt, das wird massiv beeinträchtigt durch solche Medikamente. Ja, und das ist im Grunde die Basis des großen Aufschreis im letzten Jahr gewesen, diese Studie. Man hat in einem Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen Folgendes festgestellt, dass dort zwischen 1989 und heute diese 80% an Insekten-Biomasse verschwunden ist. Ursprünglich wollte man diese Studie diskreditieren. Es hieß, das waren ja so Freizeit-Entomologen gewesen, die das gemacht haben. Die wussten ja nichts von seriösen wissenschaftlichen Arbeiten. Mittlerweile haben sich dem anerkannte Wissenschaftler gewidmet. Neulich wurde eine Studie veröffentlicht, wo man 60 solcher Untersuchungen ausgewertet hat. Und man stellt überall das Gleiche fest. Überall, in Mitteleuropa, in Nordamerika, in Großbritannien, Australien hat man überall die gleichen Zusammenhänge festgestellt. Wo man solche Langzeituntersuchungen hat von Insekten, stellt man diese Rückgänge fest. Und in relativ kurzer Zeit, in den letzten 30 Jahren, ist das passiert. Und da muss man, es gibt doch Anlass mal zu schauen, da gibt es ja nicht Kausalitäten. Und die Kausalitäten, die sind verdammt plausibel, die ich Ihnen kurz illustriere. Wir sind hier im Bereich einer Substanzklasse, die Neonicotinoide oder kurz die Neonix. Die gibt es erst seit etwa, Sie sehen es an der Kurve, seit Anfang der 90er Jahre, werden die eingesetzt. Neonicotinoide, es sind, Nikotinoide kennen die Raucher, wenn es noch welche gibt. Und das sind nachgebaute Giftstoffe, hochtoxisch, hochwirksam, in kleinen Mengen schon letal wirksam, aus pflanzenbaulicher Sicht fantastisch, was diese Giftwirkung anbetrifft. Und hier hat man diese Substanzklassen, die sind seit Beginn der 1990er Jahre eingeführt worden. Und Sie sehen, das ist hier nur der Verbrauch in den USA, wie gewaltig, in gewaltigen Mengen diese Substanzen eingeführt werden. Das ist eine andere Analyse, die es gibt. Hier sind die Länder Japan, Kalifornien, Schweden und Großbritannien. Und auch hier sieht man das Gleiche. Beginn der 1990er Jahre tauchen diese Substanzklassen auf und dann werden sie in Riesenmengen eingesetzt. Und was ist das Fatale? Da kommen wir gleich zurück. Wir stellen fest, dass mit dem Auftauchen dieser dramatische Rückgang an Insekten weltweit auftritt. Und da sagt die Logik schon, das sollte man sich vielleicht besser mal angucken, ob es da nicht einen Zusammenhang gibt. Interessanterweise, Frankreich hat diese Substanzklasse ab diesem Jahr verboten. Da darf sie nicht mehr eingesetzt werden. Für mich interessant auch festzustellen, warum bei uns in Deutschland von unseren Politikern dieses Thema nicht zum Thema gemacht wurde, beziehungsweise es in Abrede gestellt wird. Hier sagt man bei uns, es gibt keine Studien, die valide sind. Das ist so ähnlich wie beim Glyphosat, da komme ich nachher auch gleich zurück. Warum in Frankreich? In Frankreich werden diese Substanzen nicht produziert. Beziehungsweise die Firmen, die sitzen alle in Deutschland und in den USA und die nehmen natürlich massiv Einfluss auf die Gesetzgebung, ob Substanzklassen im Umlauf bleiben oder ob ihre Anwendung weiter verlängert wird. Da spielt die Politik und die Lobbywirkung sieht man hier eins zu eins abgebildet. So, die Wirkungen dieser Substanzen, dieser Neonicotinoide, die ist in vielerlei Hinsicht fatal, weil die Toxizität nicht sofort letal ist, sondern neurotoxisch. Das heißt, das wirkt auf das Gehirn. Die Insekten, die in Kontakt kommen mit diesen Neonics, die verlieren die räumliche Orientierung. Das heißt, die wissen nicht mehr, wo sie sind im Raum. Sie wissen nicht mehr, wo ihre Höhle ist, wo ihr, im Fall von den Bienen, wo ihre Waben sind, wo ihr Stock ist. Die finden nicht mehr Zeug. Sie wissen auch nicht mehr, was ihre Funktion ist. Bin ich jetzt eine Sammlerin, eine Arbeiterin? Auch das geht verloren im häufigen Kontakt mit diesen Neonicotinoiden. Und sie werden anfälliger, was Parasiten anbetrifft. Die Grenzwerte, man fragt sich heute, warum wurden die überhaupt zugelassen, diese Substanzklassen? Im Einzelfall sind diese Substanzen in ihren Wirkmengen, wie sie ausgebracht werden, und auch nicht toxisch. Wenn eine Biene einmal in den Kontakt kommt, dann hat das keine Auswirkungen. Schätzen Sie mal, wie oft fliegt eine Biene, Wildbiene oder eine Honigbiene pro Tag eine Blüte an? Es kann bis zu 8000 Mal eine Blüte anfliegen. In der Woche sind das mal 7, können 40.000 Blütenbesuche sein. Und wenn Sie jedes Mal in den Kontakt kommen mit einem Giftstoff, dann akkumuliert sich das und dann hat man sehr schnell eben Grenzwerte überschritten. Und das ist das Problem bei dieser Substanzklasse. Ein Wirkstoff ist besonders schwierig, kritisch, um Ihnen mal diese Toxizität zu veranschaulichen. Es reicht ein Teelöffel, fünf Gramm, um über eine Milliarde Bienen, um die tatsächlich letal, um die komplett zu beseitigen. Und wir haben vielleicht noch in Erinnerung ein Ultragift, was bis in die 60er Jahre weltweit eingesetzt wurde, das DDT. Das ist auch die Messlatte bis heute für Toxizität, für die Definition, was der Letalfaktor ist. Gegenüber DDT hat dieses Imadokloprid einen Wirkfaktor, der ist 7000 Mal höher. Also diese Substanzen wirken in extrem geringen Mengen. Jetzt nochmal zurück, warum ist das so interessant aus landwirtschaftlicher Sicht? Diese Substanz wird schon ausgebracht bei der Saat. Das Saatgut ist ummantelt worden mit diesem Wirkstoff und wenn die Pflanze wächst, verschleppt die, da reichen Moleküle, verschleppt die Pflanze in jede Zelle und das geht dann eben bis in die Pollen rein einer Blütenpflanze. In jede Blattzelle werden ein paar Moleküle dieses Wirkstoffes verschleppt. Und das ist ja auch der Sinn gewesen, dass wenn dann Insekten kommen, Schadinsekten und beginnen ein Blatt zu essen, dass sie dann Probleme bekommen. Ich drücke es mal so aus. Das war ja gewünscht. Das heißt, einmal eine Behandlung und dann wirkt das für die komplette Wachstumszeit dieser Pflanze. Ja, und Sie sehen, Deutschland ist einer der wichtigsten Länder, wo die Hersteller sind. und allein der Umsatz, der im Export erzielt wird, der liegt bei geschätzten 600 Millionen Euro pro Jahr. Kein Wunder. Unsere Politik, die Wirtschaft, die sagt, ja, das sind Arbeitsplätze, das ist BIP und so weiter. Warum wir ein Interesse haben, dass diese Substanzen im Umlauf sind. Ja, ich habe Ihnen schon erklärt oder meine Mutmaßungen, warum diese Wirkstoffe bei uns zugelassen wurden. Die Glyphosat-Geschichte, die ja vor kurzem auch uns bewegt hat, wo ein Minister eine Entscheidung getroffen hat, die Anwendung zu verlängern, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war. Passen Sie mal auf diesen Herrn auf. Ich prophezeie Ihnen, im nächsten Kabinett wird er nicht mehr vertreten sein, aber er wird in spätestens einem Jahr eine interessante Stelle haben, in einem der Konzerne oder die den Konzernen nahesteht, die Glyphosat produzieren. So, wir haben eine unglaubliche Menge, kann man sich gar nicht vorstellen, wie diese Substanz ausgebracht wird. 2017 wurde über eine Million Tonnen weltweit Glyphosat ausgebracht. Es gibt in den USA praktisch keinen Acker mehr in bestimmten Regionen, wo nicht mindestens einmal im Jahr Glyphosat ausgebracht wird. Sie sehen, die Kurve unten, die kennt nur einen Weg, was den Verbrauch anbetrifft. Jetzt gibt es aber ein Aber und das wird auf uns auch zukommen, beziehungsweise wir haben noch nicht in den Dimensionen diese Geschichte, aber wir können sie im Detail auch schon beobachten, die Super-Weeds, die Super-Unkräuter, die hier mit dieser Karikatur veranschaulicht ist und das ist ein reales Bild. Was hier, ich glaube, nachher kommt noch ein Bild. Das ist ein, bei uns gibt es diese Pflanze auch, Erigoron canadensis. Das ist ein kleines, unscheinbares Unkraut, Berufskraut auf Deutsch, das wird so 30, 50 Zentimeter mal hoch. In den USA sind das Pflanzen, die werden 3, 4 Meter hoch. Dieses Glyphosat, ja, was ist der eigentliche Sinn? Es ist eine Substanz, Pflanzreglasse, die ähnlich universal wirksam ist auf, wie vorher bei den, bei den, bei den Imadokloprid beschrieben, aber da geht es vor allem um Unkräuter. Diese Neonicotrine werden gegen Schadinsekten eingesetzt. Hier geht es, das ist ein Herbizid, geht es um Unkräuter. So, und da hat man es geschafft, bei uns ist das noch nicht so das Thema, aber in Nordamerika schon, in Südamerika, dass man das Pflanzgut ausstattet, mit Genen, mit Informationen, die die Pflanze resistent machen, die Kulturpflanze, gegen den Einsatz von Glyphosat. Das heißt, alle anderen Pflanzen, die in der Umgebung wachsen, wenn ich dieses Gift ausbringe, die sterben ab, aber meine Pflanze wächst. Jetzt ist es aber auch ein Gesetz in der Natur, dass es immer einen Mechanismus gibt, eine Möglichkeit, solche Resistenzen zu überschreiten. Und wenn dieser Wirkstoff in solchen Mengen, man muss das im Grunde neutral sagen, wenn ein Wirkstoff, der für irgendetwas giftig ist, in die Umwelt gebracht wird, dann findet die Natur Möglichkeiten der Abwehr, sich dagegen zu wappnen. Und das passiert da. Hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Substanzklassen aufgeführt, die als Herbizide eingesetzt werden. und diese Kurven stehen dafür, wie viele Pflanzen es gibt, die jeweils resistent geworden sind gegen den Einsatz dieser Substanzklassen. Und Sie sehen, diese Kurve kennt auch nur eine Entwicklung nach oben. In den USA sieht es mittlerweile so aus, dass schon 145 Pflanzenarten resistent geworden sind gegen diverse Wirkstoffe in Australien ähnlich. Bei uns noch nicht so, weil wir ja noch zum Glück keine gentechnisch verändernden Organismen einsetzen. Das heißt, bei uns ist der Einsatz noch nicht so interessant. Wir setzen auch Roundup ein. Glyphosat, das ist der Markenname von Glyphosat, aber noch nicht so systemisch in diesen gewaltigen Mengen wie in den USA. So, jetzt zurück zu unserer Frage Biodiversität. Ja, aus landwirtschaftlicher Sicht ist es natürlich die ultimative Vorstellung, einen Acker zu haben, ein Produktionssystem, wo nur meine Kulturpflanze vorkommt. Keine andere Pflanze, die mir eventuell Nährstoffe raubt oder Raum raubt, aber das ist die Basis für einen Großteil dessen, was wir als Biodiversität bei uns kennen, was sich bei uns entwickelt hat. So sieht das aus, nicht? Eregoron annus canadensis, drei, vier Meter hohe Unkräuter, das ist nur ein Beispiel aus dieser Gruppe. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ich brauche noch zehn Minuten, ist das in Ordnung? Ja, zurück zur Politik. Wir, ich nenne das mal so pauschal, Eintreten für Biodiversität, Naturschutz, da gab es durchaus auch eine Politik und wir haben dort Gesetze bekommen, wir haben Konventionen erlassen, durch die nehme ich Sie mal ganz kurz mit. Ganz bekannt ist die Biodiversitätskonvention von dieser berühmten Veranstaltung in Rio de Janeiro 1992, auf die auch die Klimarahmenkonvention zurückgeht und damals hat man auch eine Biodiversitätskonvention, die CBD, verabschiedet und die wurde danach umgesetzt, wer das unterschrieben hatte, der musste auch sagen, ich mache was bei mir zu Hause. Auch Deutschland, die EU, hat es 1992 unterschrieben, dann mit langer, langer Verzögerung hat man das übersetzt in Handlungsfelder, in Zielsetzungen im Geltungsbereich der EU beziehungsweise der nationalen Gesetze. Das heißt, wir haben aktuell eine EU-Biodiversitätsstrategie, die zunächst mal bis 2020 gelten soll, wir haben auch sowas in Deutschland, die nationale Biodiversitätsstrategie und wir haben das auch übersetzt für Baden-Württemberg. Auch da gibt es eine Naturschutzstrategie und wenn man da reinguckt, dann ist da tatsächlich, sind da Ziele festgeschrieben, was man erreichen soll. Da steht, ich nehme sie durch ein paar Ziele nachher gleich mit und es ist interessant, finde ich, wenn die Politik klare Vorgaben macht, dass man etwas erreichen will, dann kann man sie auch mal messen, oder, an solchen Vorgaben, nur das macht man nicht. Beziehungsweise, wir haben das letzte Woche erlebt im Bereich der Klimapolitik, wie reagiert die Politik, wenn man Ziele nicht erreichen kann, weil man nie was gemacht hat dafür, um die Ziele zu erreichen. Die Ziele werden entweder abgeschafft oder sie werden runtergesetzt. Eine neue Benchmark, wie man sagt, wird eingeführt. Das machen wir auch in diesem Bereich. Es gab schon mal ein Ziel auf EU-Ebene 2015, hat man auch festgestellt, fünf Jahre davor, wir erreichen nichts, also hat man 2020 als neue Messlatte, aber auch da wird man feststellen, es wird nichts gemacht. Da steht zum Beispiel drin, in unserem Katalog, also wir gucken uns nur diese deutsche Zielsetzung drin, 2009 hat man festgeschrieben, bis zum Jahr 2020 ist die Biodiversität in Agrarökosystemen, also das, was ich Ihnen geschrieben habe, in unseren Äckern, in unseren Wiesen, deutlich erhöht. Bis 2015, wir sind es schon darüber hinaus, aber das hätte erreicht werden sollen, sind die Populationen der Mehrzahl der Arten, vor allem der wildliebenden Arten, die typisch sind für unsere Kulturlandschaften, gesichert und sie nehmen wieder zu. Bis 2015 nimmt der Flächenanteil Naturschutzwert wertvoller Agrarbiotope, also hochwertiges Grünland, extensive Ackerflächen, Ströbswiesen, die sollen gegenüber dem Wert von 2005 um 10% zunehmen und im Jahr 2020 soll in unseren Kulturlandschaften der Anteil naturnaher Landschaftselemente, da hören Sie jetzt diese Stichworte Korridore, Konnektivität, extensive Nutzungen, die sollen mindestens 5% betragen. So wie sieht es aus? Das ist die Realität, wenn wir uns den Indikator anschauen, den wir messen, das ist jetzt der Vorteil der EU-Bürokratie, die uns zwingt, immer wenn Gelder, wenn EU-Mittel verausgabt werden, dann wird auch immer ein Indikator, ein Messsystem mit auf den Weg gegeben, um zu schauen, ist dieses Geld wirksam, werden dadurch Ziele erreicht. Für diejenigen, die das machen müssen, furchtbare Bürokratie, aber es bringt uns auch interessante Auswertungsmöglichkeiten, Daten, unter anderem sowas. Da gibt es einen Indikator, der ermittelt werden muss und zum Glück lügt da die Wissenschaft nicht, diejenigen, die das machen, die sind zum Glück nicht bestechlich. Da gibt es einen Indikator, der misst die Vielfalt und die Qualität im Offenland, also in unseren Kulturlandschaften, das ist ja unser Thema heute. Da hat man auch mal einen Zielwert definiert, es war schon mal viel besser, da kommen wir her von dieser grauen Säule mit dem roten Dreieck, aber wir haben gesagt, ja, das können wir auf keinen Fall mehr erreichen, was da vor 40 Jahren war, wir machen das schon mal tiefer und das war der Zielwert, der bis 2020 hätte erreicht werden sollen und die Kurve kennt eigentlich nur eine Entwicklung seit vielen, vielen Jahren. Warum? Ich brauche das gar nicht näher einführen. Wir machen nichts zu wenig und auch das Falsche, das kann man in Summe etwa zusammenfassen. Take-home-Message. Wer ist schuld an dem, was ich Ihnen heute beschrieben habe? Was kann man machen? Kann man handeln? Und was sollte getan werden? Wer ist schuld? Einfach zu beantworten, oder? Die Politik ist schuld. Falsche politische Rahmenbedingungen. Oder ist es auch die Industrie? Verbraucher. Der Verbraucher. Der kommt vielleicht auch noch vor in meiner Liste. Der Handel, die uns vorgeben, was wir kaufen sollen, wie es verpackt sein soll. Die Produzenten, so indirekt habe ich ja auch jetzt ganz schön die Landwirte schlecht gemacht, oder? Die verantwortlich sind für die Landnutzung. Globale Vorgaben, WTO, EU und so weiter, gesellschaftliche Normen, Profite, Kapitalinteressen, auch das war Thema vorher, nicht? Ein Beispiel, aber ich habe es gerade als Schichtwort schon gehört, nicht? Wir sollten uns selbst mal auch in den Fokus nehmen als Verursacher. Das machen wir nämlich nicht, ja? Und da ein paar plakative Beispiele dazu, wo wir uns wiederfinden, und was Erklärungen auch sind für einige dieser Entwicklungen, die ich Ihnen heute beschrieben habe. So dick waren die Deutschen noch nie. 74% der Männer und 60% der Frauen sind am Ende des Berufslebens. Das ist interessant, ja? Wenn sie in die Pension gehen, sind sie am übergewichtigsten. Und das nimmt seit Jahren signifikant zu. 74% noch schlimmer ist aber diese Zahl, man kann ja etwas übergewichtig sein, aber krankhaftes Übergewicht, und da stehen wir weltweit an 10. Stelle. 23% unserer Bevölkerung ist krankhaft übergewichtig. Die USA mit Abstand von, dahinter Mexiko, Neuseeland, aber in Australien sind wir mit den Finnen und den Ungarn ganz vorn dabei. Jetzt könnte ich Ihnen noch, wenn wir durch die Liste durchgehen, und wir essen am schlanksten in Europa. Das sind Italiener, auch die Schweizer, unsere Nachbarn hier, und die Franzosen. Steht auch dafür, dass man sich dort wohl, gibt es eine andere Politik. Andere Gene haben die auch nicht. Das muss mit anderen Ursachen zu tun haben. Nein, die essen anders. Da gibt es eine andere Kultur, ein anderes Verhalten, vielleicht auch andere Ideale, was Ästhetik anbetrifft. Es hängt sehr stark mit diesem Komplex zusammen. Wir essen pro statistischen Bundesbürger pro Jahr etwa ein Schwein. Das sind 88 Kilo derzeit. Das ist so etwa das Gewicht eines Schlachtschweines. Das sind Durchschnittswerte, von 82 Millionen Menschen gezählt. Das heißt, da sind die Babys dabei, die Vegetarier, die Frauen, die alten Männer, die weit unter diesen Werten liegen. Das heißt, da gibt es nicht wenige, die essen vermutlich im Bereich von 200 Kilo pro Jahr und vielleicht sogar noch mehr Fleisch. Und das hat Auswirkungen. Dieser ganze Komplex, der dahinter steht, hinter diesem Fleischkult und der Tierernährung und die Landschaften und die Nutzungssysteme, die wir brauchen, sind Miterklärungen von all dem, was ich Ihnen heute vorgestellt habe. Und auch das ist eine Wahrheit. Wir reden noch sehr viel über Verbraucherverhalten. Wir sind besser geworden und der Bereich der ökologischen Lebensmittel boomt. Wie sieht die Wahrheit aus? Die sieht ganz anders aus. Wir lügen uns auch selbst was vor. Die Verkaufserlöse der deutschen Landwirtschaft, die liegen im Bereich von 43 Milliarden Euro und davon hatte der Bio-Bereich einen Anteil von nicht mal zwei Millionen Euro. Oder wir können das auch in eine andere Zahl überführen. Wir geben pro Jahr 1.800 Euro aus für Ernährung, aber nur 95 Euro sind für Produkte, wo ich mal in den Raum stelle, dass die eher die Ressourcen bereitstellen, die Landschaft, die Landnutzungen, die Prozesse, die für das verantwortlich stehen, was dann Biodiversität am Ende hat. Wir sind so nebenbei. Obwohl wir mit die reichsten sind in Europa, geben wir am wenigsten Geld aus für Lebensmittel. Ich habe mal gehört von einem Großmarkt in Hamburg. Hamburg ist so der Verteil, das Verteilzentrum für Lebensmittel in Mitteleuropa, auch für Deutschland. In Hamburg gibt es eigentlich in allen Distributionsbereichen, egal ob das jetzt Gemüse ist, vor allem aber auch im Fleischbereich, gibt es zwei Kompartimente. Da gibt es einen für den Rest von Europa und einen für Deutschland. Was meinen Sie, wo die guten Qualitäten landen? Die landen im Verteilbereich für Deutschland. Also wir kennen schon gar keine guten Lebensmittel mehr, die Mehrzahl von uns, weil wir trainiert wurden, konditioniert wurden, dass wir eigentlich nur schlechte, billige Lebensmittel wollen und auch nachfragen. Ja, und so sieht eben unsere Umwelt auch aus. Und so sieht das aus, was ich Ihnen mit dem Rückgang, mit dem Verlust an Biodiversität beschrieben habe. Letzte Message für heute. Es braucht eigentlich keine neue Erkenntnislage. Wir wissen eigentlich alles. Die Faktenlage ist für viele Faktoren sehr evident und wir wissen das schon lange. Es mangelt eigentlich auch nicht am politischen Willen. Der ist manchmal schon gegeben. Also ich will manchen Politikern tatsächlich nicht in Abrede stellen, dass sie das durchdrungen haben und gerne was ändern würden. Aber wir machen ja nicht mit. Es wird ja nicht wertgeschätzt. Wenn mal sinnvolle Vorschläge kommen, dann werden sie sofort wieder zunichte gemacht durch unsere Verhaltenswünsche oder wie wir als Individuum oder das dann auch wieder übertragen in politische Artikulation, wie wir das gleich wieder in den Müllkorb stecken. Und wir müssten vielleicht dafür sorgen, vom Individuum her kommen, vom Verbraucher, dass wir die Politik stärker unterstützen. Dass wir das wollen, dass es nachgefragt wird, dass es nicht nur ein Einwegprozess ist, sondern dass es ein gesamtgesellschaftlich und von allen getragenes Anliegen und ein Wunsch ist, dass wir unsere Vielfalt, unsere Gesundheit, der Umwelt, der Natur erhalten wollen. So, und ich denke, da nehme ich Sie alle mit, wo es anfällt. Das ist die Art von Gartengestaltung, die um sich greift bei uns, oder? Selbst auf dem Dorf. Das ist nicht nur in den Städten so, sondern auch auf dem Dorf draußen. So sieht unser zunehmend, unsere Umwelt aus. Nicht nur draußen auf dem Acker sieht es tot aus, sondern auch im wenigen Grün, was es im persönlichen Umfeld gibt. Das gestalten wir auch noch so. So, und jetzt fragen Sie sich mal, wo wollen hier Kinder noch Erlebnisse haben? Hier sieht man keine Schmetterlinge mehr fliegen. Hier gibt es keine Insekten mehr. Es ist natürlich aus hygienischer Sicht, aus arbeitstechnischer Sicht fantastisch. Hier brauche ich kein Rasenmäher mehr. Hier muss ich nicht mehr düngen. Hier kann ich mich voll und ganz auf die Genüsse im Haus und im Urlaub, den ich irgendwo anders verbringe, fixiere. Eine schreckliche Entwicklung, die sich hier abzeichnet in der Gestaltung unserer ganz persönlichen Umfeld. So, was kann ich machen? Im Grunde, völlig simple. Jede Maßnahme, die, wir bringen das mal ins Positive vom Anfang, wo mehr Blüten, Samen, Früchte entstehen, also auf unserer gerade gesteinten Gartendecke, da könnte auch irgendwas blühen. So nebenbei, wo kommen denn die Steine her, die da eingesetzt werden? Die kommen vielfach aus Südamerika und auch aus China. 90% alles Granites, der verbaut wird, als in Struktur oder dann klein gemahlen. Kommt aus China, ja. Das kommt ja noch dazu als schreckliches Element, wenn wir die Gärten so gestalten. So, mehr Mikrostrukturen, also wieder mehr Misthäufen, mehr Zäune, mehr Hecken in die Landschaft, wieder mehr Mist. Auch tote Tiere wären ganz wichtig, wenn die dort verbleiben dürften. Es müssten wieder mehr Wanderungen stattfinden von Tieren. Die Korridore hatte ich angesprochen, also Hecken, Säume, Reine. Und wir müssten auch wieder extensivere Nutzungen in die Landschaft bringen. Und da wären wir als Verbraucher vor allem gefragt, wenn wir die Produkte auch wertschätzen und nachfragen würden, die mit diesen Nutzungen korrelieren. Mehr dynamische Prozesse, das war ja fast der Einstieg gewesen, dass wir die nicht immer als Gefahr sehen, wenn da mal irgendwo ein toter Baum steht im Wald. Oder dass nicht gleich der Wald zusammenbricht, wenn man etwas länger einen vom Borkenkäfer befallenen Baum im Wald stehen lässt. So, das war's. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.